Ich bin die ganze Zeit unterwegs, von Haltepunkt zu Haltepunkt. Wenn ich an den Start denke, wird mir irgendwie ganz mulmig, so viele neue Themen und Gesichter. Ich selber weiß nicht mal, ob ich mit der ersten richtigen Arbeitserfahrung klarkomme, die Prüfung bestehe und ob ich in der neuen Stadt überhaupt Anschluss finde. Habe ich mir vielleicht so große Ziele gesteckt? Na, alles klar? Ich habe gehört, dass du jetzt auch in der Community bist. Das finde ich mega. Ja, same. Lass uns zu den anderen. Na klar, let's go. Ich bin echt erleichtert, dass ich über die Community direkt in den ersten Wochen so viele Leute kennengelernt habe. und ich bin so stolz auf mich, dass ich die Prüfung so gut hinbekommen habe. Die Tipps aus den Workshops haben richtig gut geholfen, meine Zeit besser einzuteilen. Ich verstehe gar nicht mehr, wie ich mich früher so verzetteln konnte. Und das Lernen ist mir auch leichter gefallen. Ich bin gespannt, was mich eben noch so erwartet. Werd auch du ein Youngstar und komm mich in der Community besuchen. Ich freue mich, dich bald kennenzulernen. Ja, ich hacked. Ja. Bis zum nächsten Mal.